Also der Ski ist fantastisch leicht, natürlich auch an den Füßen, bei den Schwüngen oder selbst wenn du schnell fährst, ist es locker leicht damit zu fahren. Man strengt sich nicht an damit. Man kann es souverän schnell damit fahren. Im Lift ist es natürlich absolut der Oberhammer. Kein Gewicht. Also ich finde die Ski absolut super. Für alle Zwecke kannst du also alles damit machen. Das heißt du bist jetzt eine halbe Stunde gefahren und bist von Anfang an gut zurecht gekommen? Sofort. Sofort. Aber sofort.